Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren Finanzen heute am 17. August 2017? Als erstes brauchen wir Klarheit, wo können wir investieren, was bringt Gewinn. Vor wir Entscheidungen treffen, sollen wir uns informieren und dann eher mit unseren Gefühlen vertrauen. Nach Gefühl handeln. Wir brauchen Vergleiche, auch die Preise zu vergleichen. Und noch nicht handeln, nur beobachten. In Vergangenheit machen wir mehr Verlust. Investieren lieber an einen neuen Projekt oder auf eine neue Idee bringt dann Gewinn. Großen Erfolg haben wir in vertrauten Umgebung. Eine Investition ist im Ausland auch möglich, aber da sind noch Einflüsse von außen und da sollen wir vorsichtig sein, weil das kann zu Täuschungen und zu Enttäuschungen und damit auch zum Verlust führen. Also Auslandskontakte oder versuchen da Gewinn zu machen, mit sehr vorsichtig damit umgehen. Unkomplizierter ist die vertraute Umgebung. Und das war meine heutige Finanzenergie, wenn jemand Interesse hat. Das Maßgeschnitten anfertigen lassen, unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.